Ja, meine Damen und Herren, die Region Holstein erscheint bei Margarete Böhme mit einer zweifachen Wertigkeit. Einmal als die zu überwindende Provinz im eher abfälligen Sinne und einmal als die geliebte Heimat in einem durchaus emphatischen Sinne. Die erste, eher pejorative, vertritt die Protagonistin des erfolgreichen Romans Tagebuch einer Verlorenen aus dem Jahre 1905. Die Schreiberin blickt hier als gewiefte Person des Berliner Gesellschaftslebens zurück auf das holsteinische Dorf ihrer Herkunft. Ein gottverdammtes Nest, in dem nicht viel passiert. In der Großstadt aber passiert umso mehr. Und das Phänomen Heimat mutiert hier im Sinne von Herkunft und Bezugsraum zum Milieu oder zur soziologischen Klasse bzw. Einkommensschicht, zu der man anonym und meistens unentrindbar gehört. Die dörflichen Familien- und Lokalkonflikte können sich hier zu einer Schicksalsdimension von nationaler Größe auswachsen. Und für die deutsche Nation, heimgesucht von politischen Unruhen, Inflation und Wirtschaftsschwäche, sieht es in der Mitte der 20er Jahre ja bekanntlich nicht sehr gut aus. Aber eine Romanfigur hegt Hoffnung. Zitat, im Jahre 1925 soll Deutschlands Wiederaufstieg beginnen. Der richtige Arzt muss nur kommen, um dem von Grund aus kranken Volkskörper Heilung zu bringen. Zitat Ende. So glaubt es zumindest ein Kavalier in Frau Bedford's Tränen, einem Spätwerk Margarete Böhmes, das 1924 in Berlin erschienen ist. Die weibliche Protagonistin im eben erwähnten Tagebuch einer Verlorenen aber steht wiederum gegen diesen Optimismus. Zitat, nee, auf den Schwindel fällt keine rein. Nee, um hier zu ändern und zu bessern, müsste schon eine neue Weltordnung, eine vollständige Umkrempelung der Begriffe und Verhältnisse vorangehen. Die Menschen müssten ihren alten Adam ausziehen und ihre Vorurteile wie einen Haufen verlauster Wäsche verbrennen. Die Schranken müssten fallen. Zitat Ende. Diese unterschiedlichen Positionen lässt die Autorin neben vielen anderen ihren Werken zu Wort kommen. Man könnte diese damit als naturalistische Gesellschaftsromane bezeichnen, in denen von den untersten Arbeiterschichten bis hinauf in die politische Herrschaftselite alle denkbaren Milieus geradezu pluralistisch zu Wort kommen. Alle ihre Texte zeigen einen seismografischen Charakter, der sich aus der facettenreichen Sammlung von Wahrnehmungen zusammensetzt, die sie in überhitzten Zeiten des Übergangs von einer Welt von gestern zu einer Welt von morgen verdanken. Die 1867 in Husum geborene Schriftstellerin hat diesen Wandel selbst hautnah und intensiv miterlebt. Bis zu ihrem Tod in Hamburg am 23. Mai 1939 darf sie als eine genaue Beobachterin einer neuralgischen Phase der deutschen Geschichte gelten, die vom Kaiserreich bis zur Diktatur reicht. Ihre Werke haben damit aber einen ganz markanten zeitlichen Index, der aber immer wieder auch in aussagekräftiger Spannung zu einem spezifischen Raumkonstrukt steht. Sie selbst gedenkt nämlich im Unterschied zu ihrer Romanfigur sehr gerne ihrer Herkunft und verbindet dies explizit mit einem dankbaren Bekenntnis. Zitat, ja ich bin aus Husum und ich liebe meine Heimat über alles, wenn es mir auch schon öfters zum Vorwurf gemacht wurde, dass in meinen Werken wenig Heimatkunst zu finden sei. Zitat Ende. Auf die Dauerfrage ihrer Leser, wo sie denn ihre Ideen und Stoffe, also das alles so herhabe, antwortete sie, Zitat, ich glaube, zuerst war es die Heimat, die das Denken und Erkennen in mir erregte. Meine Heimat an der Nordsee, das weite grüne Land, wo der keine Grenzen findet, wo sich die Flut endlos auf ein uferloses Meer um einen dehnt und wo die Ruhe zu Hause ist, die traumhafte Stille vom schlafenden Land. Die stille schöne Heimat legte die Kunst des Schauens in meine Seele. Zitat Ende. Dies zeigt sie auch in ihren speziell auf die Nordsee-Region bezogenen Texten. Sie verweist selbst auf den 1912 erschienenen Roman Die Grüne 3, der ganz auf heimatlicher Erde spielt. Zu nennen wäre aber auch der Hallig-Roman Wind und Wellen von 1919 oder Sarah von Lindholm, 1914. Hier behandelt die Autorin bereits Konflikte, die sich aus der Kollision zwischen bäuerlichen Traditionen und den modernen großstädtischen Lebensformen ergeben. Dieses thematische Grundmuster bringt sie durchaus in die Nähe mit den zeitgenössischen Theorien zur besonderen Geistesverfassung und dem eigentümlichen Seelenleben in den Metropolen. Allerdings wäre es so kurzschlüssig, ihre Großstadt-Romane einfach nur als Illustration etwa von Georg Simmel zu lesen, der in seinem epochemachenden Aufsatz Die Großstädte und das Geistesleben von 1903 entsprechende Analysen entwickelt und dabei auch eine Polarität mit dem Dorfleben sehr scharf herausarbeitet. Wenn man jedoch die simmelschen Passagen zur Individualität auf die Selbstbehauptung der Frau fokussiert, resultiert hieraus bereits eine tragfähige Untersuchungskategorie. Zitat Simmel, die tiefsten Probleme des modernen Lebens quellen aus dem Anspruch des Individuums die Selbstständigkeit und Eigenart seines Daseins gegen die Übermächte der Gesellschaft, des geschichtlich Ererbten, der äußerlichen Kultur und Technik des Lebens zu bewahren. Zitat Ende. Problemlos erscheint damit der Anschluss ihres Werks an viele denkbare Vergleichstexte der Epoche. Hervorzuheben ist ihre genaue Beobachtung, eine engagierte Zeugenschaft und dazu eine theoriefähige, reflektierte Abstraktion des konkreten Geschehens in einem dialektischen Modell aus Herkunft und Zukunft. Nicht selten finden sich ganz konkrete Zukunftsmodelle, ja gesellschaftliche Utopien, in ihren Romanen thematisiert. Die Kunst des Schauens als ländliches Traditionsvermögen tritt damit in Verbindung mit einer wachen und zeitkritischen Haltung. Es geht um ein Hier und Jetzt, das mit solchen raumzeitlichen Präzisionskoordinaten pointiert wird, aber es ist auch die Gegenwart, in der sich im Augenblick Ereignisse zeigen oder Vorgänge sich anbahnen, die eine zukünftige Dimension haben. Die Autorin versteht es, Scheitelpunkte zu benennen, wo sich Zukunft entscheiden könnte, Wendepunkte, aus denen das weitere Dasein und Schicksal aller Menschen als Menschheit resultiert. Ihre Romane in dieser Hinsicht auf Handlung, Personentableau und Detailgenauigkeit genauer zu betrachten, würde sich lohnen. Allerdings ist das heute nicht möglich, denn Margarete Böhme hinterließ ein sehr umfangreiches Oeuvre. Zwischen 1892 und 1923 hat sie neben zahlreichen Erzählungen, Novellen und Skizzen etwa 40 Romane publiziert, die teilweise in 70 Auflagen erschienen und vielfach übersetzt wurden. Von ihrem größten Erfolgsroman, dem genannten Tagebuch einer Verlorenen, erschienen über 100 Auflagen. Damit darf Margarete Böhme zweifellos zu den viel gelesenen Autorinnen ihrer Zeit gezählt werden. Tatsächlich verkaufte sie von ihrem Tagebuchroman zwischen 1905 und 1930 eine Million Exemplare. Thomas Mann erreichte mit Buddenbrooks in exakt demselben Zeitraum auch nur eine Million, also exakt dieselbe Anzahl. Bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten war sie das, was man eine Erfolgsschriftstellerin nennt. Dieses Phänomen hatte auch die zeitgenössische Kulturwissenschaft bereits fest im Blick. Siegfried Krakauer reflektiert 1931 in einem Aufsatz über Erfolgsbücher und ihr Publikum. Er erklärt den großen Bucherfolg als Phänomen der Sozialgeschichte. Dieser ist nämlich stets, Zitat, das Zeichen eines geglückten soziologischen Experiments, der Beweis dafür, dass wieder einmal eine Mischung von Elementen gelungen ist, die dem Geschmack der anonymen Lesermassen entspricht. Krakauer präzisiert dies, Zitat, die ökonomischen Strukturwandlungen, die sie in der Gegenwart vollziehen, haben vor allem den alten Mittelstand einschließlich der kleinen Bourgeoisie getroffen. Er, einst Träger der bürgerlichen Kultur und der Hauptstamm des lesenden Publikums, befindet sich in einem Zustand, der dem der Auflösung nahekommt. Unter den Ereignissen, die ihn heraufberufen haben, wäre die Inflation und die mit ihr verbundene Auspoverung der Kleinaktionäre zu nennen, die Konzentration des Kapitals und die zunehmende Rationalisierung. Mittlere Schichten sind in Abhängigkeit geraten und zu proletaroiden Existenzen herabgesunken. Zitat Ende. Deshalb erhält man aus der Analyse der viel gelesenen Bücher entscheidende Aufschüsse über das Verhalten der in Gärung geratenen bürgerlichen Schichten. Der von Krakauer zitierte Kulturkritiker Friedrich Burschel präzisiert schon 1931. Zitat, der versorgte, verängstigte Mensch dieser Zeit und gerade der Mensch aus den höheren Schichten, der im oft vergeblichen Kampf um die Aufrechterhaltung seines Lebensstandards, seine Gefühle fast immer verkapseln muss, greift begierig zu diesen Geschichten, weil ihnen die Leidenschaften zwar unwahrscheinlich, aber dafür umso prächtiger und ungehemmter sich austoben und das private Schicksal noch in der Katastrophe triumphiert. Zitat Ende. Zu den Fluchtperspektiven aus der unmittelbar drohenden Wirklichkeit zählt der Kollege Efraim Frisch, eine stumme, dämonische und tragische Natur, dazu das Fremde, vor allem aber das Erotische. Zitat, ich glaube, dass viele Leser durch die reichlich einmontierte erotische Schwüle herbeigelockt werden, gegen die sachlich nicht das Geringste einzuwenden ist. Zitat Ende. Die hier entwickelte Tobik kann zweifellos auch für das Schaffen der Böhme veranschlagt werden, wofür eine vorläufige Erklärung für ihren Erfolg zu konstatieren wäre. Wir wollen aber strukturell etwas tiefer in ihr Werk einsteigen und den Fokus hierbei auf die Rolle der Frau legen. Aus Zeitgründen soll dies mit einer einzigen Fragestellung geschehen, wie ist die Frau in die kapitalistische Wirtschaftsordnung zwischen 1905 und 1920 eingebunden. Der große Anteil der Böhme-Romane entstand noch im Vorfeld der großen Wandlungen. Es war die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, damit auch die letzte Epoche vor der massiven Amerikanisierungswelle, die nach 1919 auf den Feldern der Politik, der Medien, der Mode und der Konsumgüterindustrie alles mächtig veränderte und viele der bislang gültigen deutschen Traditionen außer Kraft setzte. 1925, dem Jahr, in dem der letzte Roman Böhmes erschien, konstatierte der Kultursoziologe Fritz Giese in seinem Vergleich zwischen amerikanischem und europäischem Rhythmus und Lebensgefühl die Amerikanerin als Typ, Zitat, die Amerikanerin als Typ hat kontinental gesiegt, ein internationaler Frauenstil mit Verschiebung aller soziologischen Differenzierungen. Er war echt amerikanisch uniform und veränderte alle. Stenotypistin, Gräfin und Industriefrau. Zitat Ende. Die Hose oder die weitgehende Nacktheit der Beine ersetzten den Humpelrock und das Korsett. Die kunstvoll hochgesteckten Haare wurden zum Bubikopf zurückgeschnitten. Das Revue-Girl als Maschinenwesen erschien im streng rationalisierten Bewegungsabläufen. Emotionen und seelische Bewegung verschwanden hinter einem Uniformen Leinwand lächeln. Noch aber, etwas zwischen 1903 und 1916, war der Typus der neuen Frau, das amerikanische Girl oder auch die französische Garçon noch weitgehend unbekannt. Noch war die Frau weiblich und vor allem Mutter, Gemahlin und Hausfrau. Freiberufliche und selbstbestimmte Existenzen galten als eher suspekt. Böhmes Roman Christine Immersen von 1913 wertet diesen Standpunkt aber schon als den eines altdeutschen Bierfilisters. Der fordert, Zitat, dass die Frau ins Haus gehört und dass jede andere berufliche Betätigung der Frau nicht nur für sie selbst von übel, sondern auch ein absoluter sozialer Schaden sei. Zitat Ende. Die Titelheldin des Romans proklamiert dagegen, dass es egal wäre, welcher Tätigkeit die Frau beruflich nachgehe. Hauptsache, sie komme aus der bisherigen Sinnlosigkeit ihres Daseins heraus. Zitat, die berufliche Arbeit, gleich welcher Art sie ist, gibt dem früher unausgenützten Frauenleben Wert und Inhalt. Denn sie bietet der Frau Gelegenheit, ihre ehemals brachliegenden Kräfte nutzbringend auszüben. Zitat Ende. Verachtenswert, so die Protagonistin weiter, sind dagegen Frauen ohne eigenen Standpunkt, die, Zitat, von ihren Männern direkt aufgesogen werden und sich nach ihnen umformen. Zitat Ende. Die Erzählerin befürchtet, Zitat, dass in dieser Assimilationsbereitschaft der weiblichen Natur dieses faulen sich fallenlassens in der Ehe das größte Hindernis ihrer Erziehung zur Persönlichkeit liegt und dass dadurch die Besserung und Hebung ihrer sozialen Stellung vorläufig Utopie bleibt. Zitat Ende. Drei stichprobenartige Erkundungen in den Romanen sollen nun zeigen, wie sich in der zweifellos Männerdominierten Welt weibliche Berufstypen ausprägen konnten. Zunächst die Frau im direkten Warenverkehr, die Käuferin und die Verkäuferin. Die Frau erscheint hier bereits zweifach. Als Konsumentin angelockt oder hofiert und als Verkäuferin benutzt und ausgebeutet. Als Konsumentin ist sie vor allem Opfer des zumeist mit blendenden Effekten und lockenden Angeboten künstlich erzeugten Kaufrausches, der als Droge für die Frauen wirken muss. Zitat, es ist seit einiger Zeit über mich gekommen, diese Lust zum Geld ausgeben, zum Kaufen und Verschenken und ich weiß nicht, was daraus werden mag, wenn es so weitergeht. Es ist tatsächlich wie eine Art Krankheit. Seit einiger Zeit kann ich nichts anderes als kaufen und immer kaufen. Und wenn ich es mir tausendmal schwöre, sobald ich die Leipziger und die Friedrichstraße hinunter bumble, zieht es mich in die Läden und ich kaufe und kaufe und es ist, als ob ich betrunken wäre vor lauter Kauflust und ich kaufe oft Sachen en masse, die ich gar nicht gebrauchen kann. Zitat Ende. Am deutlichsten wird dies in Böhmens Kaufhausroman W-A-G-M-U-S. Die Abkürzung steht für Warenhaus, Aktiengesellschaft, Müllenmeister und Sohn. Möglicherweise ein Schlüsselroman für den Aufstieg von Wertheim. Den wirtschaftlichen Hintergrund bittet die Tragik der traditionellen Handwerksbetriebe und Kleingewerbetreibenden, die durch die Vielfalt und Billigpreispolitik der neuen Konsumtempel praktisch erdrückt und schließlich vernichtet werden. Warenhausästhetik und Warenfetischismus wirken als Konditionierung der Käuferschichten und damit als ökonomisches Herrschaftsmittel. Ein kleiner Berliner Familienbetrieb wächst sich in der erzählten Zeit zu einer mächtigen Aktiengesellschaft aus. Zu dieser Inszenierung eines umsatzorientierten und profitmaximierenden Warenverkehrs gehört insbesondere die Frau. Als Verkäuferin ist sie Arbeitskraft und Funktionselement im stationären Vertrieb. Als Ladenmädel ist sie ein erniedrigtes und rücksichtslos ausgebreitetes Subjekt, das für wenig Geld mit ihrer Schönheit und Liebenswürdigkeit den Umsatz zu steigern hat. Sie ist das Kanonenfutter des modernen Wirtschaftslebens, so sagt der Warenhausbesitzer selbst. Weckt mit ihrer animierenden Ansprache bei den Kunden ein Kaufbegehren, das sich klar auf die profiträchtigen Objekte richten soll. Das Kapital der Frau ist ihre Schönheit. Das gilt eben nicht nur für die Prostituierte, sondern in geradezu identischer Weise auch für die Verkäuferin. Die Schönheit aber ist vergänglich. Unerbittlich droht das Verfallsdatum, also muss sie rechtzeitig damit wirtschaften, damit sie für die Folgezeit versorgt ist. Verkäuferinnen werden nämlich ab einem gewissen Alter gnadenlos degradiert, zu Putzfrauen oder gänzlich entlassen. Zitat, das ist einmal so in unserem Geschäft. Wer sich mit 40 Jahren nicht in Sicherheit gebracht hat, kann sich aufhängen. Alt werden dürfen wir eben nicht. Ich mache mir ja wenig Sorgen. Wenn ich meine Figur halte, können sie mich noch mit 50 gebrauchen. Obgleich Herr Rosen mir auch schon mal zu verstehen gegeben hat, ich solle mich schminken. Zitat Ende. Der Abteilungsleiter, eben besagter Herr Rosen, sieht es so. Zitat, es muss frisches Blut ins Haus. An die Verkaufsstände gehören junge, hübsche Gesichter. Spätestens alle fünf Jahre muss das Personal wechseln. Zitat Ende. Und tatsächlich beobachten die Betroffenen, Zitat, fast alle Scheuer- und Toilettenfrauen, die hier tätig sind, waren in den jungen Jahren mal Verkäuferinnen. Zitat Ende. Zweitens, die Frau als Funktionselement in der neuen Kommunikation, die Telefonvermittlerin. Noch deutlicher als die Verkäuferin wird die Frau in der neuen Kommunikationstechnik zu einem simplen Funktionselement degradiert. Sie ist zwar unverzichtbar an einer modernen, raumübergreifenden Kommunikation beteiligt, aber nur im Sinne der technisch notwendigen Ermöglichungsinstanz. Das Fräulein vom Amt sorgt mit dem Stecken der Kabelverbindungen für Sprechverbindungen und damit auch für Dialoge, an denen sie selbst aber nicht inhaltlich teilnehmen darf. Sie dient lediglich als Handlangerin der Kommunikation, da sie durch die Bewegung ihrer Hände Kontakte herstellt. In Christine Immersen von 1913 kommen die Betroffenen ausgiebig zu Wort und bedauern sich selbst als Kanonenfutter des Verkehrs und der Kommunikation. Man hatte sie aber schon vorher gewarnt. Zitat, um alles in der Welt. Frau Christine, tun Sie es nicht. Sehen Sie mich an. Ich bin 28 und sehe aus wie 40. Der Dienst demoliert die Nerven, macht uns vorsichtig zu alten Weibern, wenn nicht zu krüppeln des Lebens. Zitat Ende. In der Selbstbeschreibung heißt es dann über Telefonistinnen, Zitat, man sieht ihnen von Weitem die Abspannung und eine totale Erschöpfung an. Die Augen dieser mehr oder weniger jungen Beamtinnen blicken trübe und matt und ihre Züge sind schlaff, ihre Haltung müde. Sie sind nervös, reizbar, bitterlich und unzufrieden. Jeder Anruf mordet ein Teil Nerven- und Lebenskraft der abgehetzten, schweißgebadeten, sie vielleicht nur noch mit äußerster Selbstbeherrschung aufrechterhaltenden Beamtinnen. Zitat Ende. Und dennoch, oder gerade deshalb, regen sich auch revolutionäre Gedanken. Zitat, warum müssen wir Beamtinnen uns von Männern beabsichtigen lassen? Warum gibt man uns nicht die Möglichkeit, auch Karriere zu machen? Warum sind auch die Intelligentesten unter uns zeitlebens an den subalternen Dienst gefesselt? Zitat Ende. Und dann komme ich zum Dritten. Die Frau als Warenverkehr und als Element der Kommunikation, die Prostituierte. Die dritte hier zu thematisierende Erscheinungsform der Frau in der Wirtschaft ist nun eine mehr oder minder selbstständige Erwerbstätigkeit. Hier verkauft sie nicht nur ihre schönen Gesichtszüge, ihre Hände oder Stimme, sondern auch andere Bereiche ihres Körpers. Es geht um die Prostituierte, die ihr eigenes Gewerbe ausübt. In der höheren Form kann die Frau sogar ohne männliche Vermittlungsleistung Unternehmerin in eigener Sache werden. Eine reine Geschäftsexistenz mit Aussicht auf die materielle Stabilisierung und Veredelung des Daseins. Die entsprechend tätige Frau weiß nicht nur um den Wert ihres weiblichen Körpers, sondern um den ihrer gesamten Erscheinung und ihre besonderen weiblichen Aura. Hinzu kommen ihre besonderen kommunikativen und psychologischen Fähigkeiten, mit denen sie den Männern zu Diensten steht. Sie bietet keinesfalls nur ihr Fleisch an. Vielmehr steht sie dem großzügigen Förderer als reine Seelenfreundin, als Gesellschaftsdame und hingebungsvolle Liebesgöttin zur Verfügung. In ihrer höchsten Sublimation aber mündet die Prostitution schließlich in der von der Unternehmerin selbst oder durch andere arrangierten Ehe. Dann verkauft die Ehefrau ihre Schönheit täglich für einen lebenslangen Unterhalt auf luxuriösem Niveau. Auch hier droht das einzige Kapital, mit den Jahren zur Neige zu gehen. Auf diesem Einkommensniveau aber schaffen hochprofessionelle Mittel Abhilfe gegen die wertmindernde Natur des Alterns, das vor allem aus einem hautfeindlichen Grübeln besteht. Böhme zeigt dies anhand einer Dame, die klugerweise auf jede Kopfanstrengung zugunsten ihres Terms verzichtet. Zitat, wenn die Frauen nur wüssten, wie das Denken ihrem Aussehen schadet, besonders nach Nachrübeln über wenig angenehme Dinge. Unwillkürlich sieht sich dabei die Stirn in Falten, entstehen Runzeln und Verzerrungen der Gesichtsmuskeln. Eine Frau, die darauf bedacht ist, sich jung und schön zu halten, soll überhaupt nicht denken. Weshalb auch? Wenn man es doch nicht nötig hat. Zitat Ende. Und es zeigt die außerordentlichen Qualitäten der Autorin, dass sie es versteht, hier in den Ereignisromanen eine Passage einzusetzen, die in ihrer anspruchsvollen Polyfunktionalität den Hohn über solche Damen auch noch ganz praktisch mit nützlichen Tipps, zwecks Nachahmung verbindet und darüber hinaus sogar höchst geistreich anknüpft einen zeitgenössischen Renaissance- und Schönheitsdiskurs um 1900, den etwa Heinrich Mann 1902 in seinem Roman Göttinnen mit dem Stichwort der hysterischen Renaissance pointiert. Hieran beteiligt sich die Böhme auch zwingend und kongenial mit der folgenden Passage über eine Frau, die bedauerlicherweise wegen ihres Haarfärbens einen ganzen Tag in der Woche nicht ausgehen kann. Deshalb nutzt sie diesen Tag, Zitat, zu ihren umständlichen und komplizierten Schönheitsbädern, die über drei Stunden in Anspruch nahmen. Bei diesen Bädern, Zitat, wechselte sie nicht weniger als siebenmal das Wasser. Das erste Bad bestand aus feinem Seifenschaum, dann folgte eins aus Borax und Mandelkleie. Hierauf stieg sie in ein Wasser, das mit aromatischen Ingredienzen versetzt war. Darauf folgt eine leichte Massage, zu der der Inder abgerichtet war, der sie auch beim Baden bediente. Erika hatte dem Exoten, der sich für so etwas sehr gelehrig und brauchbar erwies, dieses Amt mit der eigenartigen Begründung übertragen, dass sie ja kein Deutsch verstehe und überhaupt nur als Wesen, nicht als Mensch und noch weniger als Mann in Frage komme. Nach der Massage nahm sie hintereinander mehrere Abspülbäder von parfümierten Wasser, worauf sie nach einer nochmaligen, kräftigen Massage einige Stunden ruhte. An solchen Tagen war sie unter keinen Umständen für irgendjemand zu haben, am allerwenigsten für verdrießliche Erörterungen. Das hätte ja den ganzen Effekt der Prozedur in Frage gestellt. Zitat Ende. Auch der kolonialistische Diskurs kommt hier kaum zu kurz und wir haben es mit einer sehr eigentümlichen, aber fraglos sehr geschäftsfähigen Frauenperson zu tun. Wir wollen uns nun noch knapp auf den bereits mehrfach erwähnten Roman Tagebuch einer Verlorenen konzentrieren, der die entscheidenden Fragen bündig formuliert und drastisch illustriert. Hier geht es um den Lebensweg der jungen Thymian, die als reifendes Mädchen vom Mitarbeiter ihres Vaters vergewaltigt wurde, ein Kind bekommt und dann von der Familie verstoßen wird. Um zu überleben ergibt sie sich der Prostitution, anfangs auf billigem, später auf sehr gehobenem Niveau. Sie betreibt ihr Überleben als Kunst, vertraut auf ihren Körper, ihre Ausstrahlung, ihren Geistesreichtum und die Kraft, mit der sie die Herren an sich bindet. Zitat Ende. Ihre Wirkung ist mächtig. Sobald ich in einen Kaffee trete, drehen sich alle Köpfe nach mir um und wohin ich komme, errege ich Aufsehen. Zitat Ende. Der Roman aber diskutiert die Problematik der Prostitution nicht nur auf der breiten Ebene der erlebten Wirklichkeit einer fiktiven Figur. Er tut dies zusätzlich auch mit theoretischen Reflexionen von einer bemerkenswerten kulturhistorischen Tiefe. Dahinter steht die hohe Frage der Rettung, die möglicherweise Rehabilitierung aller Prostituierten, Kokotten und Kortisanen. Ursprünglich waren sie ja positiv gewertet und gesellschaftlich geachtet. Die alten Griechen feierten ihre Hetheren und die Phönizier verehrten sie als Priesterinnen. Auf diese Formen der Idealisierung folgt schroff die scharfe Analyse der Gegenwart, verbunden mit ihrer eigenen Lebenssituation, aber auch im Blick auf ihre Schicksalsgenossinnen, deren Erleben sie wiederum unter die großen Rubriken Tragik und Unglück stellt. Sie kennen unendlich viele, die von der Preisgabe ihres Körpers leben, aber die Gesellschaft selbst verhindert deren Rückkehr in geordnete Verhältnisse, was empören muss. Zitat, es gibt so viel Wohltätigkeit und Humanität in der Welt. Für alle wird auf Basaren und in Vereinen gesammelt, aber in die Welt des tiefsten Elends, der äußersten Finsternis, dringt selten ein Strahl barmherziger, werktätiger Nächstenliebe hinab. Zitat Ende. Manche würde sich gerne retten lassen, aber eben nicht durch öffentliche Besserungsanstalten und von oben und den Kortun der überlegenen Moral. Dies ist der oben bereits zitierte Schwindel, da eine Rettung nur mit der ehrlichen gesellschaftlichen Akzeptanz des hetären Daseins eintreten könnte. Die Schranken müssen fallen. Statt Verachtung und Schmähung sollten die Kortisanen wie in der Antike endlich allgemeine Achtung und Akzeptanz erfahren. Zitat, damals waren es die besten, schönsten, klügsten, gebildetsten ihres Geschlechts, die der Venus dienten. Und diese antiken Völker standen wahrhaftig auf keiner niedrigen Kulturstufe als die heutige Zeit. Es sollte doch wahrhaftig jeder unbenommen sein, mit ihrem Körper zu machen, was sie will. Zitat Ende. Mit dieser anspruchsvollen, moraltheoretischen Abhandlung ist nun aber die poetische, poetologische Grundfrage dieses Romans verknüpft. Wer hat ihn auf diese Weise und für wen geschrieben? Margarete Böhme leitet den Tagebuchtext mit einem Vorwort ein, indem sie behauptet, dass sie lediglich die Herausgeberin, die Verfasserin des ergreifenden Textes, aber eine unbekannte Frau mit dem nämlichen Schicksal sei. Dies ist längst widerlegt und die literarische Faktur leistet hierzu ein Übriges. Neben der gehobenen und belesenen Apologie des Hetherentums verfügt der Text nämlich über eine Fülle von Anspielungen auf literarische Prätexte und Motive, die der fiktiven Schreiberin kaum in dieser Form bekannt gewesen sein dürften. Zahlreiche Prostituierten-Geschichten von Daniel Defoe, Jacques Garzotte, Émile Zola oder Guite Maupassant haben Eingang in das Tagebuch gefunden. Auch der Traditionsstrang der moralisch positiven Kortisane, die in der Tradition des christlichen Mitleids auftritt und keine Verbindung zum Teufel hat, prägt das deutlich karitative Verhalten der Protagonistin, die mit ihren Einnahmen auch anderen in der Not hilft. Zitat, so viel Elend und Kummer sind auf der Welt und es gibt wahrlich keinen schöneren Luxus, als den mit geschlossenen Augen und offenen Händen wahllos auszustreuen unter den Ärmsten der Armen. Zitat Ende. Der schlagende Beweis für die reine Literarizität und damit der Fingerzeig mit dem Holzhammer ist die Bemerkung der Protagonistin, die am Ende als Edelkortisane an der Schwindsucht sterben wird, dass sie eine Geschichte gelesen hat, in der eine Edelkortisane an der Schwindsucht gestorben ist. Sie gibt tatsächlich das Protokoll, dass sie Alexandre Dumas' Kameliendame gelesen hat. Der Text bewegt sich damit deutlich aus der naturalistischen Szenerie eines scheinbar authentischen Großstadtmilieus heraus. Er besteht vielmehr aus mehr oder minder erkennbaren Zitaten, die sich vor allem an den gebildeten Mann wenden, den die Verfasserin ja durchaus für ihre Apologie begeistern möchte. Nur zwei kurze Beispiele sollen dies zeigen. Die sorgsam gelegten Spuren erotischer Signale und die diskursive, an verschiedenen Stellen immer wieder aufgenommene Thematisierung der Todessehnsucht. Der dörfliche Moralismus ist markant verkörpert in der Schwester des Vaters, in Tante Frieda. Bei einer ausgelassenen Feier im Vaterhaus, wo sie Thymian symbolkräftig als Pudding auf dem Tisch tanzend zum Naschen anbietet, ist eine Szene aus der Verfilmung des Romans, erbost sich die hochgradig moralistische, übergriffige und bucklige Tante schließlich so sehr, dass sie ihre Nichte dem drohenden Unheil entreißen will. Das übermütige Mädchen entflieht aber und rettet sich auf die Schulter des Apothekergehilfen Meinert, der sie eilend davonträgt. Die Tante immer mit Geschrei hinterher, vom Kind verspottet und verhöhnt, weil sie sie nicht erwischen kann. Der Gehilfe Meinert ist schon an seiner Kammer angelangt und da geschah war es. Zitat. Bums, da hatte sie mich beim Fuß, aber weil Meinert rasch die Tür von seiner Stube aufriss, erwischte sie bloß meinen linken Lackschuh und Meinert schlug die Tür rasch hinter uns zu. Als sie dann im Dunkeln auf seinem Bettrand saßen und die Tante sich draußen vor Wut anscheinend die Kleider zerriss, küsst Meinert sie. Das hat er wohl schon oft getan und er würde noch mehr tun. Der verlorene Lackschuh der Protagonistin darf aber als ein subtiles, erotisches Signal gelesen werden, als Zitat und literarische Anspielung. Schuh und Pantoffel gelten in der Tradition allgemein als Symbol für die Vagina. Der Verlust bedeutet dann den Verlust der Jungfräulichkeit. Dafür würde auch bei nächster Gelegenheit eben der besagte Gehilfe Meinert sorgen. Die Kulturgeschichte der Erotik kennt ihr nicht nur Cinderella, sondern etwa auch Fragonard's Die Schaukel. Und hier kommt einem durchaus der genannte Kunstgriff wieder in den Sinn, den Ephraim Frisch, so anfangs zitiert, als Komponente des Erfolgsromans erkannt hatte, die einmontierte Erotik. Und ironischerweise ist es die frömmelnde Tante, die in der Schwellensituation dem entschwindenden Kind den Schuh auszieht und sie damit für den Übertritt in das Erwachsendasein vorbereitet. Sie selbst liefert es dem späteren Vergewaltiger aus, eröffnet als Frömmlerin damit ungewollt den verderblichen Lebenslauf der Nichte. Eine äußerst subtile Kritik der Bigotterie. Der Roman ist in dieser Weise durchsetzt mit sorgsam eingefügten Lockmitteln für Männeraugen. Dies ist aber nur ein Vorwand, um die Herren aufmerksam zu machen, damit sie auch die eingestreuten moralischen Reflexionen konsultieren. Man könnte hier an die Thesen von Sigrid Weigl anknüpfen, die vom schielenden Blick spricht, wenn sich weibliche Autoren den Männerblick aneignen, um damit bestimmte Strategien umzusetzen. Dass Frauen gar nicht eigenständig schreiben können, sondern nur in Brechung und Negation des männlichen Blicks. Das wäre zu prüfen. Im Roman gibt es offenbar wirklich keinen weiblichen Blick. Vom Blick des Kindes setzt sich die entwunkerte Frau sofort der männlichen Wahrnehmung aus, die sie auch selbst weitgehend übernimmt. Der Roman ist damit hochliterarisch, also in seinen Inhalten und Bezugslinien künstlich komponiert und ästhetisch anspruchsvollerweise präsentiert. Nicht das Gesellschaftsleben, nicht die Psyche, sondern die Kulturgeschichte und deren ethische Bezugsgrößen bildenden reflexiven Rahmen. Er ist also kein Sozio- oder Psychogramm, sondern folgt einer hochrangigen ästhetischen Programmatik, die von einer höheren Sicht der Autorin bestimmt wird. Und wie erwähnt, ist es die Heimat, die ihr ganz im Gegensatz zu Georg Simmels Großstadttheorie des nervösen Intellektualismus höhere Einsichten verschafft. Zitat, es ist die Heimat gewesen, das alles in mir weckte, die mir Empfänglichkeit für alles, was das Leben und andere Menschen mir erzählten, anerzog. Unser Land hat vieles Geheimnisvollen, etwas von der Majestät des Unerforschten, Unsichtbaren, Übersinnlichen, das sich nicht hören und sehen, sondern nur empfinden lässt. Man hört Stimmen, die nicht von dieser Welt scheinen. Man sieht Vorgänge, die nicht dem wirklichen Leben angehören. Ich möchte den kennenlernen, in dessen Seele solche Nacht nicht mit Mondscheinfingern hineingreift, um den Wust des Alltäglichen, Kleinlichen, Unwesentlichen behutsam zurückzuschieben und Platz zu schaffen für das Wunderbare, Unbegreifliche, vor dessen Schwelle der Verstand mit seiner vielgerühmten Logik Halt macht. Meine Augen wenden sich unwillkürlich immer wieder zu der Schattenseite des Lebens, dahin, wo die Ärmsten der Armen, die großen Heerscharen der Enterbten, der Verachteten, Verlorenen ihre einsame Straße ziehen. Vielleicht macht sich auch darin der Einfluss meiner schwermütigen Heimat geltend, dass ich neben einem lachenden Augenpaar immer auch zugleich zehn Tränen gefüllte sehe. Die stille, schöne Heimat legt die Kunst des Schauens in meine Seele. Mit Kunst und Schauen, damit komme ich zum Abschluss, sind aber bereits Anknüpfungspunkte mit einigen prominenten männlichen holsteinischen Dichtern gegeben. Die Lübecker Mannbrüder liegen nicht nur geografisch im Lektürehorizont unserer Husumer Dichterin, die bei Thomas Mann etwa eingehend erörterte Dichotomie aus einem wahrgenommenen Leben und der schauenden Kunst könnte mit dem Werk der Böhme gewinnbringend verbunden werden. Bei Toni Kröger heißt es etwa mit den Worten des Titelhelden, dass der Künstler nicht empfinden, keine Gefühle oder Affekte wie etwa Mitleid zeigen soll oder gar für seine Dichtung zur Steigerung der Authentizität einsetzen darf. Die Empfindung und überhaupt das, was man sagt, ist nur, Zitat, das an und für sich gleichgültige Material, aus dem das ästhetische Gebilde in spielender und gelassener Überlegenheit zusammengesetzt ist. Das Gefühl, das warme, herzliche Gefühl ist immer banal und unbrauchbar, so Tonio Kröger. Es geht also nicht um Leben, sondern um Kunst. In dieser Weise wären auch die Romanen der Böhme nur bedingt, als Dokumente der sozialen Wirklichkeit zu lesen, die eine mitleidige oder anklagende Person aus Gewissensnot und Hilfsbereitschaft formuliert, um in die Wirklichkeit einzugreifen. Höher stündete dagegen das Gesetz des ästhetischen Gebildes, der inneren Schau, die nicht mehr der Blick auf ein einzelnes Elend ist, sondern zusammenzieht, abstrahiert und mit kulturgeschichtlichen Korrespondenzen ausstattet. Die Prostituiertengeschichte speist sich dann eher aus stoffverwandten Dichtungen, als aus positivistisch registrierten Messdaten. Einzelne Realitäten werden zugunsten einer höheren Wahrheit aufgehoben. Es bleibt nicht bei soziologischen oder psychologischen Protokollen im Sekundenstil. Mit der Lizenz zur Freiheit sind die Zusammenhänge in einer höheren Ordnung zu veredeln. Hierzu gehört auch der durchgängige Subtext der Todessehnsucht. Thymian hat bereits früh die fixe Idee, die Schwindsucht zu haben und nicht mehr lange zu leben, obwohl ihr Arztfreund sie hier beruhigt. Andere aber bemerken es auf ihre Weise auch. Eine böswillige Freundin stellt fest, dass sie ohne Schminke ja schwindsüchtig aussehe, Zitat, als ob sie schon drei Wochen unter der Erde gelegen habe. Hier zeigen sich typische Dekadenzmotive, das Spiel mit der Nähe von erotischem Leben und verwesendem Körper. Sie hat schwermütige Anwandlungen, findet ihr Leben nutzlos. Es würde doch nicht die leiseste Spur von einem zurückbleiben, wenn man eines Tages davon geht. Und sie erwirbt sich sogar die eigene Grabstätte auf dem Schöneberger Friedhof, wo sie abends gerne sitzt. Zitat, ich habe Heimweh nach den Gräbern. Gräber sind doch noch das Einzige, was ich auf der Welt besitze, was mein ist, ganz mein. An einem lauen Maiabend wünscht sie sich einschlafen zu können, um nie mehr zu erwachen, zumindest aber zu einem neuen Leben, in dem man ein neuer Mensch wäre und von vorn anfangen könnte. Wenn sie nach der Stille wieder in den Straßenlärm kommt, empfindet sie Ekel vor diesem Leben. Mit 27 Jahren entdeckt sie das erste weiße Haar in ihrer schwarzen Flut. Und nicht nur, weil ihr Marktwert zurückgehen könnte, ist sie plötzlich erschrocken und wehmütig. Sie will mit 35 sterben. Ich habe oft so eine unendliche Sterbesehnsucht im Herzen. Ich wollte, ich wohnte erst draußen auf einem Schöneberger Gutshof. Zitat Ende. Themen wie Mitleid, Rettung und Tod werden somit auf einer höheren Ebene verhandelt. Eine besondere Form der sozialen Fürsorge erscheint als Variante der wahrhaftigen christlichen Nächstenliebe und eine Todessehnsucht ohne christliche Erlösungshoffnung erscheint als philosophische Grundfrage der Zeit, die sich deutlich von der sichtbaren Oberfläche der sozialen Wirklichkeit entfernt. Die Frage einer Schopenhauer-Lektüre wäre hier noch zu klären. So könnte man das Werk also genauer betrachten, nicht nur mit den Kategorien der Gesellschaftsanalyse oder Seelenzergliederung. Die fiktive Thymian sagt selbst, Zitat, ich bin keine Seelenschirurgin, dass ich meine eigenen Empfindungen immer zerlegen und analysieren könnte. Stattdessen ist oft ein unklares, verworrenes Durcheinander von Stimmungen und Gefühlen in mir. Aus dieser Spannung aber resultieren die nahezu unmerklich und unaufdringlich in das narrative Konstrukt eingestreuten Fragen der Autorin an ihre Leser. Fragen nach Neuorientierung, Wechsel und Transformation. Dabei bleibt sie durchaus sensibel für den Wert und Verlust des Alten, ist also gleichermaßen konservativ und progressiv. Damit aber scheinen ihre Texte durchaus lohnenswert für die Debatten der Folgezeiten, der modernen Diktaturen und Demokratien und auf jeden Fall auch für die naturwissenschaftliche Betrachtung. Und damit danke ich für ihre Geduld und ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020